Also liebe Freunde, herzlichen Dank. Ich finde das natürlich bemerkenswert. Lieber Frau Früdiger, wenn ich mal nach Hannover komme, dann kriegst du was zu hören. Das heißt, ich kriege eine Beratung. Ein Nicht-Falsch-Verstehen bitte. Ich habe gesagt, ich gehe ja vom Boot, Gott sei Dank, gesund und auch weiterhin dynamisch, immer im Rückblick auf die aktiven Jahre, die wir gemeinsam gemacht haben. Und ich möchte, bitte auch nicht falsch verstehen, ich möchte hinterher nicht als Grußonkel oder Grußoper rumgereicht werden. Deswegen habe ich gesagt, lass mich da bitte raus. Ich kann auch so gut klarkommen mit der Pensionszeit nach dem Ehrenamt. Aber herzlichen Dank, wenn ihr das so gewollt habt. Ich werde das aufhängen und meine Hanne, die wird dann immer da vorbeigehen und die jedes Mal verneigen, wenn sie das liebt.